Ja und, wie war's jetzt, mit einem gewissen Strip-Tis? Du bist ja richtig unanständig. Na ja, warte nur, bis ich richtig aufgeregt. Strippen ja, aber das kostet. Ihr seid vielleicht arschig, Mensch. Weder Moop kostet manche extra. Aber dann möchten wir auch, dass es richtig dann hat. Hängt immer vom Einsatz ab, Schatz, ne? Noch drei blaue oben drauf und es wirbt schon. Aber was gesagt, du ziehst nicht vorher den Schwanz ein. Du, alle was glauben, die muss ich sagen, ha? Also, auf geht's. Ja, dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf blaue oben drauf. Und da wollen wir mal sehen, was ihr unter Donnern versteht. Und ich dachte schon, es bleibt wieder nur beim Sauchen. Rattern, Julecken, ja! Ich wollte dich sowieso gerade fragen, ob du wirklich glaubst, dass wir jetzt zusammen in dieses Restaurant gehen können, uns zusammen an einen Tisch setzen und essen, ohne dass nicht in zwei Minuten wieder die Fetzen fliegen. Oder soll man es nicht lieber doch gleich sein lassen? Und jetzt kommt... Aktion, Leute! Und... Hey, hast du das gelernt? Was ist beim Zirkus? Noch kein Akt, also Zirkusfamilie, die fliegen in den Platz. Und jetzt... Und jetzt... Rutsch! Hey, das kostet extra Schatzi! Soll ich die piercen, oder was? Und jetzt... Kommt... Chickresetzen! Und... Bügel runter, Stift raus... Wahnsinn! Bügel halten und nach Winter maximal fünf Sekunden Zeit zur Detonation. Buh! Du bist der ganze Vollidiot! Jawolli! Wer stift da wieder mal rein? Logo, Logo! Du musst mir gar nichts verzeihen. Ich hab doch angefangen. Darum geht's doch nicht. Wenn ich dich besser verstanden hätte damals. Scheiße! Scheiße! Scheiße!